Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Youtubers Live und damit herzlich zurück Hä? Herzlich zurück? Was habe ich? Was kann ich hier machen? Gemeinschaftsprojekt? Ja, das ist eigentlich ganz geil Das kann ich mit, hier mit Itzel zusammen machen Oder wie auch immer sie wirklich heißt Wenn sie mal da ist Wow, Intro mit Effekten Ja, ich weiß es auch nicht Ich weiß jetzt nicht, welche ich noch wenig habe, welche Karten Ähm, okay Was steht eigentlich so an? Habe ich irgendwas, was ich weiter machen kann? Okay, ich kann den Kurs vorsetzen Habe ich noch, wie sieht es mit meinen Spielen aus? Ähm, was aktuell ist? Okay, das ist nicht mehr so aktuell Das können wir eigentlich weghauen Solange ich noch Kohle dafür kriege Kann ich jetzt mit dem hier Ähm, Together aufnehmen Dual Ah ja, ich frag sie mal Ich frag sie mal, ob sie mal vorbeikommen will Ähm, wie sieht das aus? Ähm, einladen Okay, 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 sie kommt Ich werde das Ah, da ist sie ja Und dann testen wir mal Hallo, Peggy Hi, warte mal, gleich mal hier den hier So Wunderbar Oha, sie will nicht Oh Gott Oh, wieso nicht? Was ist los mit ihr? Ah, nein Boah, ich muss da, glaube ich, ein bisschen wieder Müssen wir dran arbeiten Nicht hier immer nur Nicht hier immer nur aufnehmen Die andere Du kannst dir keine Versteigerung beim Internet anschauen Auf meiner Xbox Bist du wahnsinnig? Jetzt pass auf, okay Ähm, wir müssen echt an der Beziehung da so ein bisschen arbeiten Die scheint da so ein bisschen In die falsche Richtung zu laufen Du musst einen Freund haben Ja, ich hab doch einen Freund Hallo? Geht grad nicht, oder warum? Sie will nicht, ne? Verdammt nochmal Ja, was hat sie nur Geht das jetzt hier? Dual Ne, Dreck Ja gut, dann nehme ich jetzt selber auf Du kannst ja hier rumsitzen, wenn du willst Das ist kein Problem für mich So, wir lassen den Titel einfach mal Und legen mal los Hier habe ich eine tanzende Begrüßung Ist mega gut Ah, da ist Fragezeichen Das heißt, da weiß ich noch nicht, was da passt Erster Kommentar vielleicht Hm, ich weiß nicht Singe der Kommentar hier Mist, ey Ich weiß halt nicht, was da passen sollte Das ist eine harte Aufgabe, weil Tüch Ah, ich weiß auch ganz Das ist noch nicht hin Aber da müssen wir den nehmen Also bei den paar Situationen Die muss ich halt hier noch erkunden Da muss ich halt mal per Zufall dann Das Richtige erwischen Damit das passt So, warte mal Ich habe gleich Zeit für dich Ich möchte nur das schnell zum Rendern hier reinklatschen Und dann Kann es auch schon losgehen Mal gucken, was wir dann unternehmen können Weil das ist natürlich nicht so gut Da muss ich schon ein bisschen Ein bisschen dran arbeiten, ne? So, okay Ja, funktioniert hier nicht so gut gerade Weicher Fokus Den hier Den hier Und den hier Und? Oh ne Gibt nichts Neues Aber war auch jetzt von den Übergängen und sowas Nicht so super gut Jemand ruft an Hä, Pekki, ich bin ein großer Fan von dir Ich liebe deine Videos Das ist großartig Aha Das war ein Telefonstreich Sie respektieren mich nicht mehr Das ist natürlich blöd Dann mache ich jetzt hier so ein bisschen Können wir nicht zusammen was essen oder sowas Oder was unternehmen Ich meine Geld habe ich ja genug Von dem her Es wird immer weniger Warum wird das immer weniger? Oha Ich verstehe ich nicht Tada Vielleicht sollten wir mal noch Gemeinschaftsereignisplan Halloween Dines Guck mal Dann nehmen wir sie doch mit So Wo gehen wir noch hin? Wo können wir noch hin? Futurator Tuxedo Party Oh, aber ich habe kein Tuxedo Aufgabe abgeschlossen? Was war meine Aufgabe? Schauen wir mal spielen zu Aha, okay Chatten soll ich Du kannst auch gerne hierbleiben Das ist ja schon klein, ne? Schauen wir mal, warum Aber es wird auch nicht mehr Irgendwie Boah, ich habe das Gefühl Ah ja, okay Ah Aber es wird auch nicht mehr Also entweder das backt ja wirklich rum Oder es wird auch immer weniger Das ist super komisch Das ist super komisch Solange das noch aktuell ist Ne, sie macht es nicht Okay, dann halt nicht Ich will einfach den nächsten Vlog machen Scheiße auf die ganzen Let's Plays Das ist nur Übergang Wir brauchen Vlogs Okay Hier haben wir es auch noch nicht Tanzende Begrüßung Ah, da habe ich nichts rausgefunden Ah, guck mal Hier den habe ich jetzt Das ist cool Ah, den habe ich von Ah, da müsste ich mir mal merken Was ich da genommen habe Du hast da ein verstecktes Item gefunden Ah, vielleicht richtig Ah, ne, nix Zusammenfassung des Spiels Ja, sehr gut Da haben wir wieder was rausgefunden Das Spiel hängt sich auf Konstruktive Kritik vielleicht Ich hätte jetzt gesagt, das passt Mist, ey Spielentro Gut Und hier haben wir Müssen wir auch testen Ah, ja, ich habe keine Points mehr So, bleibt sie da? Ich weiß nicht, ob sie irgendwann Auch nach Hause gehen muss Man kann halt nicht mit ihr essen Oder sowas Das ist ein bisschen schade Weil sie könnte ja auch gerne Über Nacht bleiben Da hätte ich jetzt kein Problem mit Ehrlich gesagt Ja, cool Okay, das ist mal hier wenigstens Wieder ein bisschen ordentlich Das freut mich Okay, müsste doch Qualität geben, oder? Also inhaltlich Okay, alles klar Gut, das passt Ich bin damit zufrieden Oh, und du? Ich würde dann vielleicht mal wieder was lernen Irgendwie Essen muss ich auch mal wieder Was? Wie ist denn der Schrei? Ne, wir nehmen den langen Kommentar Aber sie scheint auch ganz zufrieden Hier zu sein, so So, mal wieder ein bisschen reden Und dann mache ich mal Meinen Kurs weiter Weil Weiterbildung ist super wichtig Vor allem, weil wir jetzt ja nicht mehr Zur Uni gehen Das ist schon Fire Ah, da muss ich hingehen Ah, okay, oder? Das ist schon fest eingeplant, oder? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung Ich habe echt keine Ahnung, Leute Ah, okay Nintendo hat noch eine Konsole angekündigt Boah, die muss ich haben Die Konsole muss ich haben Boah, dann bin ich der Renner Wenn ich der Erste bin Der auf der neuen Konsole spielt Boah, dann geht es richtig ab Ja, mega geil Nachbehaltungspunkte gekriegt ohne Ende Super cool Ah, wir könnten Klamotten kaufen Leute, ich brauche doch immer Klamotten Natürlich Oh Mann, wieso fällt mir das jetzt erst ein Jetzt pass auf Jetzt machen wir mal Übelst geil Klamotten Shopping Okay Clothing Shop Ähm, wir brauchen Oh Gott, warte mal Das ging ja irgendwie nach Ähm Ja, Disco Okay Aber was brauche ich? Rockstar Outfit Was bringt das? Kostüm, aha Formelle Kleidung Sportkleidung Ah ja, guck mal hier Grün Hä Ich brauche irgendwas so zum Party weggehen Ja, das ist rot, ist schon klar Lässig Was bräuchten für eine Dizzle bräuchte Ähm Ähm Okay Ähm Karton Was ist bräuchender? Du sollst im Internet Es geht das Gericht um, dass du Videos machst, um Geld zu verdienen Ignorieren Ach Scheiße Oh mein Rechner Was ist mit Was Warum? Mann Ich will keine Kostüme Ich kaufe mir jetzt mal den Smoking Und dann Kaufe ich mal hier so ein Formelle Kleidung Ja, 35 kostet das Hemd Pullover Was nehmen wir denn? Nehmen wir das Hemd oder den Pullover? Die Farben sind alle so ein bisschen Irr Gefällt mir nicht sonderlich gut Ja, das ist sportlich Ja Hm Ähm Ja Ich finde die Farbe halt irgendwie richtig Wir nehmen mal hier den Olivgrün oder? Ich glaube das ist noch eher was, was mir steht Oh Gott Ich bin sehr gespannt Hosen Oh Gott Die machen immer alle meinen Rechner kaputt Wieso machen sie meine Rechner kaputt, ey Was ist das? Was soll das? Ja, komm Pack ein, oder? Die schwarze Hose Rein damit Kochhose Hm Nein, danke Die kurze Die sieht genauso aus Seine habe ich auch Oha Ich kriege eine neue Brille Aber die Brille passt eigentlich, oder? Hm Ich weiß nicht Da kann ich mir nochmal ein lässiges T-Shirt holen So irgendein cooles Ding Was ich auch tragen würde Schwarzjacke für Mann Das ist lässig Okay Aber lässige Sachen habe ich ja schon eigentlich Ja schwierig Sollte ich mein ganzes Geld hier wirklich für Was ist das? Ist auch lässig So, okay 309 Euro Bast läuft Okay Halt Halt, nein Reparieren Oh nein Ach Gott Jetzt zieht er sich echt um Was muss ich machen? Disco, oder was? Kostüme Ach, ich brauche ein Kostüm Ja, das weiß ich Man, jetzt hätte ich mir noch ein Kostüm kaufen können Ah, es ist so schlimm Einfach nur Oh Mann, ey Und ich gucke hier wegen formeller Kleidung Und dann brauche ich ein Kostüm So, ich ziehe jetzt trotzdem das an So Hätte ich mir mal ein Kostüm gekauft Geldaufträge Was? Wieso kommt sie nicht mit? Wieso habe ich nichts gegessen? Was ist das alles hier? Und warum ist mein Rechner kaputt? Und ich dachte wir gehen ins Kino Sehr eigenartig Oh, ich bin viel zu müde Um jetzt einen Vlog zu drehen Aber ich mache es Und irgendwie bin ich nicht so der Geilste Weil ich kein Kostüm an habe Oh Gott Ich bin Ich bin Sheldon Cooper Guck mal sie Was hat sie denn? Sie hat voll das geile Kostüm Warum hat sie es mir nicht gesagt Dass ich ein cooles Kostüm brauche? Ich verstehe es nicht Kann ich hier einen Vlog machen? Nee, ne? Auf der Party kann ich keinen Vlog machen Ja komm Dann dance wir noch ein bisschen Ja, blöde Sache Ich bin total fertig Ich bin voll müde Kann ich wieder gehen? Komm, wir tanzen noch mal ein bisschen Und dann reden wir noch mal ein bisschen Und dann flirten wir noch mal So Und dann Zum Abschied Tschüss Und dann gehen wir ham Einfach schlafen, ey Ist geil Ich muss schlafen, Mädchen Wir können hier nur immer hier so rumhüpfen Der hat gar keine Ahnung wie hart Bounce und Unicorn ist furchtbar Ja, dann spiele ich es halt nicht Die weiß einfach nicht, wie sich das harte Leben eines Let's Players anfühlt So Tschüss Ähm Jetzt geh Ja, danke So, und essen und dann schlafen Und ich hätte ein Kostüm kaufen müssen Ey, so bescheuert Was ist denn jetzt damit? Oh ja, komm Zwanni Jetzt was essen Oh je 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 Was hier los ist, ey Bitte eines Freundes Ich hätte wirklich gern ein Video machen Aber leider kann ich ja Ja Honey Plastisch Habe ich Alles klar, mache ich So Jetzt fahre ich mir erstmal noch Spaghetti rein Nein, du sollst Spaghetti essen, Mann Ich habe doch gerade gesagt Ist Spaghetti So, und dann schlaf Oh Gott, das ist schon wieder der nächste Tag Und mein Geschenk ist da Öffnen Das mache ich morgen früh Das mache ich morgen früh, okay So Oh Gott, so ein schlechtes Video Gameplay Gut, mach mal So ein schlechtes, urhaltes Spiel, aber okay Es ist ein Geldauftrag und ich kriege ein bisschen Cash dafür Also machen wir das natürlich Weil es eh egal ist Und dann machen wir wieder ein bisschen ordentlich Let's Play hier Ich weiß auch nicht, ob unsere Itzi Da mal vorbeikommen will hier Ach gut, wo soll ich es wissen Jetzt habe ich mir meine Sachen völlig umsonst gekauft Also was heißt, vielleicht nicht völlig umsonst Das hat aber damals auch schon nicht gepasst Ja, ich habe Also ich variiere da ja schon auch immer Das Spiel hängt sich auf Konstruktive Kritik Die wird auch da super angebracht Interaktive Ladebildschirm Dass die Kommentare kommen Verdammt Ach, da hat wieder nichts gepasst hier Okay, aber wenigstens kriege ich den Auftrag fertig, oder? Und dann Wir kratzen ja Bald mal hier die 100.000 erreichen Ich bin ja gespannt, was dann passiert Und Wann habe ich denn endlich diese Warte, wir müssen unbedingt einen Vlog machen Ich dachte, wir können jetzt einmal In der Disco In der Disco kann man anscheinend keine Vlogs machen Wir lassen das mal raus So So, ja Läuft bei mir Okay, alt klar Ja, ich habe nicht so viel erwartet Dass das jetzt hier super super rauskommt Aber Okay, jetzt haben wir doch Hi Wir haben heute Nacht eine Party Ich bin sicher, du brauchst ein bisschen Spaß Stimmt's? Ja, klar komme ich mit Oh Gott Jetzt Disco Ich komme gerade aus der Disco Das harte Live eines Youtubers Das harte Live eines Youtubers Zocken und Disco, Leute Ja Zocken und Disco Krass, oder? Krass, lieben Oh mein Gott Ich habe sie gerade aus Versehen Einen Heiratsantrag gemacht Da stand Vorschlagen Und ich Ich wusste nicht, dass Vorschlagen Ein Heiratsantrag ist Fuck Ich bin am Arsch Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Aber guck mal, was man kann Wir zoomen mal ran Ja, nicht schlecht, oder? Gar nicht schlecht Trotzdem Es ist irgendwie beunruhigend Findet ihr nicht? Okay Ich bin ein bisschen verwirrt Ich habe auf jeden Fall Die Bitte eines Freundes erfüllt Mein Geldauftrag abgeschlossen Und ich habe mich in der letzten Nacht verlobt Es ist dezent eskaliert Ich bin deine größten Fans Ich weiß nicht, wie du den Stalker wirken Aber 30 Euro für kurze Hosen aus deinem Schrank Nein 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 Nein, nein Das möchte ich nicht Kann ich mich einfach umziehen? Irgendwie ist das gerade Das war so nicht geplant Irgendwie komisch Oh Leute Ich weiß nicht, ob das jetzt so Uiuiuiuiuiuiui So, ich ziehe erstmal die Hosen an Jopp Wie im echten Leben, Leute Wie im echten Leben So Aha So Ja, das ist schon er Ich könnte mal neue Schuhe gebrauchen, oder? Okay Gut, läuft Läuft So, okay, was machen? Das ist hier noch mein Team Boxing Episode Was ist das mit meiner Ach Gott, ich brauche Ich brauche nicht mehr arbeiten gehen Ich habe so viel Geld Ich habe einfach so viel Geld Da rüste ich jetzt nochmal meinen Rechner auf Und zwar gescheit Warte mal Was ist denn eigentlich mit Terminen? Oha, warte mal Was kann ich jetzt hier noch machen? Titanengehäuse Boah 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 Bam Boah, jetzt bin ich wieder arm Ob das so eine gute Idee war? Ich habe einen gesensationellen Gewinn Nee Ich hoffe, das war richtig Ich hoffe, es war Spam Boah, ich hoffe, es war Spam Ich weiß es nicht Ich weiß es wirklich nicht Ich weiß es wirklich nicht Zieh dich um Hochzeit? Was? Das geht mir alles etwas zu schnell Das geht mir alles etwas zu schnell Zum Event gehen Oh Gott Oh Gott Besten Hochzeit Ich hoffe doch nicht meine Oh Leute Ich weiß nicht ob Oh Gott Ich habe doch nur ein Einzimmerpartner Achso, sie wohnt gar nicht bei mir Perfekt Was ist denn das? Oh Gott, da ist sie Oh meine Frau Ich mache gar nichts Oh Gott Jetzt beginnt der Stress des Lebens Ich habe mir neue Sachen für mein PC gekauft Und ich habe kein Geld mehr Ich kann dir nichts bieten Wollen wir vielleicht zusammen ein Video aufnehmen? Wie? Sonst wolltest du immer Früher wolltest du immer mit mir zusammen Videos aufnehmen Und jetzt willst du gar nicht mehr Und ich muss Geld verdienen Ähm Ich nehme mal lieber ein neues Gaming Video auf Ja, das verkaufen wir mal ganz schnell wieder Kam nicht irgendwann eine neue Konsole? War das nicht Könnte ich mich dann nicht anmelden? Warte mal Wir machen Ticket kaufen So Ich nehme sie mit So Einladen Sonst gibt das nur Mecker So Da gehen wir auch hin So Was heißt das? Was heißt denn das? Ich habe keine Ahnung Ist ja auch egal Okay, auf jeden Fall gehen wir hin Dann kann ich da nämlich Vlogs aufnehmen Und Vlogs bringen Geld Die neue Konsole ist Auf dem Markt bald verfügbar Das heißt, ich brauche unbedingt Nein, ich gehe nicht mit dir ins Kino Da wusste ich schon Bei der geht ja eh nix Was soll ich mit dem Kino, ey? Äh, ja gut Dann machen wir dann nochmal ein Gameplay Video Und dann brauchen wir mal ein neues Spiel Weil Hä? Niedrige Auflösung Gibt es keine hohe? So Stereo-Ausgabe Kann ich denn nicht noch Ich habe doch voll die krassen Ja, was war denn jetzt? Ich wollte es doch gar nicht abbrechen So Hier Gameplay Und dann kaufe ich mir mal ein Spiel Während das hier Ja, komm Normale Ich müsste doch damit hohe Auflösungen fahren können Ich glaube ich spinne Hä? Das raffe ich nicht Ich habe voll den Titan-PC Alles atomar und so Aber trotzdem geht das nicht So Bam Und hier Hauptmenü Ja, was war Kurzer Kommentar vielleicht im Hauptmenü Nein Mann Du hast eine schlechte Entscheidung gefällt Und dein ganzes Geld verloren Machen wir einen singenden Kommentar Ne, eine fröhliche Äußerung Scheiße Okay Leidebildschirm mit Hinweis Unlustig Mist Achievement bekommen Da machen wir professionell Oh Mann Ich kriege es nie raus Interaktive Leidebildschirm Äh Da glaube ich Ist ein lustiger Kommentar richtig Na Mann Oh, das war nix, ey Das war einfach nix Das war einfach hier Garnished Ach Oh Gott Und jetzt bin ich auch noch mit dir verheiratet Oha Oha Leute Eieieiei Das war jetzt so nicht geplant Das war so einfach nicht geplant Das Das war einfach nicht geplant Ich glaube das Das ist Ich glaube nicht, dass das gut ist Ich halte das für keine gute Idee Ich halte das einfach für keine gute Idee So So Render du mal Naja Immerhin neue Videoqualitätsrekord So Ich hab Geld für irgendwas Und muss ich Ich geh arbeiten Ich hab wunderschöne Oh Ah, sie hat Klamotten für mich gekauft Aber nicht von meinem Geld, oder? Aber nicht von meinem Geld Ich geh jetzt arbeiten Hauptsache raus von zu Hause Pfff, nee Ich will nicht mit dir reden Ich muss dann noch einen Vlog aufnehmen Oh Gott Ich bin verheiratet Ich había